8 12 ok ich weiß nicht wie lange machen willst ich mache jetzt glaube ich noch eine mission und dann ist schluss wenn sie nicht kaputt heute ja alles gut wir haben nicht erschießen das wird im samstag teuer und ich denke mal darum haben auch erst mal wieder gut geld gemacht gehabt heute glaube ich etwas mit 100.000 gemacht 200.000 gemacht das ist normalerweise das was wir für eine playliste für drei stunden samt im sonntag zu machen das stimmt ja also es ist schon viel so was haben wir dann als nächstes auch wieder viele autos zu stellen dann kann ich gut da war wollen wir mit einem clouden knall mal rein und zu laut ist kaputt wo schießt doch nicht auf mich noch was kurzes knackiges zum feierabend sozusagen ja auch hier gibt es nichts zu sehen ich habe da der karre brengt war keine absicht weil ich aus der feuerwehr war geschafft hat dein auto nicht gesehen habe wenn sie hoch geht ich bezahle sie ja nicht ich habe schon die nachricht bekommen dass der auto zerstört war jetzt gehe ich davon aus dass ich die versicherung schon bezahlen muss voll kasko ja okay wir wissen wir haben hier bist du gerade voll durch den zaun geflogen und dann haben wir auf der straße gespielt ja ich hatte auch gerade ein freeze ja das ist mir heute bei den rennen zum beispiel passiert zwar dreimal nicht so wie wenn du wenn du am casino vorbeifährst wenn das bitte stehen bleibt bei denen er wird hat 30 leute in der lobby abgesehen davon wir hatten geht jahre damit und da habe ich dann mich hochgejagt worden und dann hat es ewig gedauert dann war ich im mittelfeld des grenzen aber dann war man war ich dann wieder ganz am ende das war das konnte ich nicht mehr aufholen da kommen wir noch eine mission erzählt dass wir der folge bis zu kurz sind fünf minuten dann habe ich jetzt auch mal gut was kurz knackiges habe ich davon haben wir alles schon ich habe doch schon so viel geladen mal die nächsten folgen also ich habe jetzt alles hochgegeben das war sich jetzt gestern angesagt habe ich alles gut geladen ich weiß gar nicht was davon gekommen morgen oh ja meine meine glitsch dings kommen morgen folge 323 kommburg und ich habe jetzt hochgeladen bis folge 335 also der ganze blog ist jetzt noch mal mit zwölf folgen und jetzt hochgeladen so verfolgungsjagdokke nochmal so das sage ich auch wenn ich aufs klo gehe sitze wird gestartet wo ist dein auto schon weggebracht wieder ich war ich habe es eingelagert gerade dass er da draußen war es zerstört schon vergessen ach so da war es ja gut dann fahrer für diesen vernünftig gut dass das motorrad ich vom richtigen parkplatz ja ich wollte noch mal gucken ob ich nachher mal noch ein paar schauen wir ein zwei autos oder diese bekommen also nicht organisiert bei mir aber ich verkaufte die jährige verbraucher die kohle machen wo müssen wir eigentlich hin zweifel da wo der punkt ist ja wo ist er links links egal fallen weiter und dann links habe ich gerade und markiert auf der karte ach die fertig ja wer hat so in der frage kommt die da jetzt das hat sich nicht verwirren ich wüsste mich gerade gucken ob die jetzt abbiegt oder ob die geradeaus weiterfährt das hat man volle gehört jetzt ist die frage siehst du jetzt links abkollegen oder fährst du jetzt wieder aus weiter ok sie fährt geradeaus weiter du kannst also den weg den weg jetzt nehmen sonst kommst du dir nicht entgegen sonst färbt ihr aneinander vorbei ja sorry ich hätte mir das untenrum für jemand anderen auf das klingt sondern immer gerade aus jetzt muss ich gleich wieder gucken ob die punkte da so bist du dir jetzt eigentlich entgegenkommen da kannst du da schon das war so nicht die hat sich umgedreht ist gedreht aber alles gut wenn es zu auto okay du musst auto ja es macht jetzt aber es hat man eben schon mal das thema ja komm ja ja sage ich sage es auch aber nicht mit zwei jahren wird ich habe ja nicht gemacht wie soll ich kopf ja 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 du ja du hast es dann ich habe mich ja der weile voll gekauft zu flüchten fast level 312 und kürz war der wir jetzt gemacht haben wir haben heute ich denke das passt wir haben morgen Muss ich gucken. Ich hoffe es irgendwie. Gut. Dann war es also, abschieben wir uns und in der nächsten Folge gibt es dann hier wahrscheinlich wieder weiter.